So, fahr zum Goldfisch! Wir haben das beste Team der Welt! Er hat mir die Anmoderation geklaut! Ja, mach's doch jetzt! Jedes Mal, wenn wir anfangen, sind wir lila! In Ihrem Team sind wir immer lila! So, und dieses Mal kann uns der liebe Arndt auch nicht rasieren! Davon hat der Fall immer noch ein Trauma! Ich hab da voll keinen! Oh, shit! Oh, shit! Wir sind jetzt ernsthaft alle tot? Ja! Nö! Alters Leck! Und wie? Ich dachte, das ist mein Internetleitung! Ne, ich meinte, der Raum hat ja immer ein bisschen gelegt, weil zu viel Verbrauchsmage waren! Hey! Okay, ich hab gerade leichte Depressionen in den Japaner! Na gut! Na gut! Na gut! Jawohl! Ich hab gerade noch gar nicht ehrlich gestoppt! Ja, oben ist ein Helikopter, da hat man wie einen Raketenwerfer! Oh, konsultär dich aufs Spiel! Ja, aber wirklich! Auf dieses Spiel hier! Aber schon! Du musst doch an die Details sein! Jawohl! Ich hab 70 geschafft! Jetzt noch damit kommst, dass... ... dass Jacqueline bitte dein Auto will, dann bist du im falschen Spiel! Ach! Mann! Ach! Ich sehe Männlichkeit! Ja! Ich will ja Pauline! Wie geht's euch so? Wie geht's? Wie geht's? Ja! Ich hab doch... Oh, ne, komm hoch! Wieso hab ich den Typ nicht gesehen? Paul, du bist immer ein Lappen! ich bin ich eingespielt okay es hat der folge legt eben die bohrkeit getroffen ich hab hier ja wohl gewinnt worden oder ich bin ich gerade der einzigste der nicht verlieren will was war das nein wir verlieren oh gott das war knapp ohnehin das aufgehalten aber alle sind tot eben alle bei dem tod so mit ihnen bin ich bin noch ich bin noch ich gehe diese plaster die ist der weiß so schnell aus da hätte ich mich leicht weil das blättern geht es einfach nicht scheiße ich bin der alle kommen also ging es sehr hässlich gesprungen oh man die granate war knapp habt ihr habt ihr dann ich habe vergessen ich den kinden titan gar nicht habe aber zeit bis april update wo man selbst einstellen können nein die kann man nicht selbst als artis auswahl was für die auswahl naja solange das ist best of artis die liebsten auch mit anderen selbst oder wird sie aber wenn doll freuen wir damit da auch die widersprechen können r den freundlich ich möchte auch die reine in den wenn die die Kanonen und passt ja auch jemand das geht hier ab er hat der erste Art als ein besiegt abruf ob er hat das von uns wollen man die Scheiß Blatt legen versuchst die Zeigen und Schäuble vor Ort er diese Typen in den Raum die Brüste jetzt ich mag ein wenn man geile mir zu zehn Leute kommen könnten ich sehe ich bin mal es ist mal was Neues dass wir mit Edwin Team Alter es gibt es nicht kaputt ihr leckt ihr leckt bei mir in die gerade alle bei mir aufgott oh ich hab ein Double Kill mit der Zinsuka ich hab den Goldfish aufgehalten Alter ich krieg den Anfang wir werden jetzt die Kanonen aufgehalten Niemand los 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 hallo hab ich eigentlich oh dieser Blaster ne ich will ja es nicht sagen aber der Blaster regt mich auf wir verlieren das eh warte hast du es war da oben so Spitzkanone Alter das ist der scheiß Klecks voller ja scheiß mit der Splatling guck mal den mit der Splatling an der kämpft da nur ja na ja ne blaster ich hole den runter ja wie denn ich komme da hoch ich komme ich komme da ja nicht hoch obwohl jetzt jetzt hab ich ihn heiß auf was wo kommt der Titan her wo kam heiß wir wurden richtig rasiert Alter so meine Hände sind jetzt schon schwitzig ach nicht nur du wenn ich nur du nein meine sind schon nein ich muss erstmal auf doch also wenn Arnt so negativ ist dann kann da echt was nicht stimmen ja es ist ich bin ja auch sehr viel für den äh ich sag mal so bei SP ich bin halt anders da drauf ja aber diese scheiß dieser scheiß mit der Splatling der hat doch richtig genervt der hat die ganze Zeit nur gekämpft jo hab ich gemerkt und dann auch mit Titan ja ja gut das stimmt das Splatling Dekold ne so ähm jetzt aber mal hier ein bisschen wenn es eine gute Waffe gibt die ich auch spinat rein und ab durch die Mitte ab durch den Ola hm aber die ist neulich ein Blaster nehmen auch mit dem wir die auch nicht sonderlich gut hey Pius wie wärs mal mit einem Warnapilz oder einem Megapilz ha also so wie bei Mario wie bei Mario ey man mal sorry alle sich zehnmal auf zehnmal größe machen ja da neues Item den hast du jetzt aber nicht wirklich gebracht oder zehnfache resistenz gegen die Tinti und alles ja vom Artis Ausfall das wär was hier vor das Update das ist auch mal so ein riesiges Spatling durch die Gegend marschieren Ben was glaubst du ob es irgendwann mal bei Artis Ausfall Ben Rage Paket geben wird boah dann übel boah dann übel lang redet so ja so zehn Stunden so ja ich hab noch diese diese Waffe für dich und dabei ist der Tint Titan dabei und alles andere auch ich bin nämlich ein dummes Kind oh wir haben die schönste Farbe der Welt genau wieder nur japaner die grünen die grünen die grünen also es macht bevor ein Gartenverein würde besser fassen das ist ja grad kein grün das ist eher so kies aber halbe ey ist das schon wieder der mit das Splatding das ist das gleiche Team oder? ja wählt das andere Gruppe aber der mit das Splatding sind wieder dabei was willst du dran? der hat, du dran? und das war dann nicht kann das sein dass die Heulbouje anders aussieht weil es beim Update das ist der Update ja das ist mir heute das ist mir heute schon aufgefallen für die Besserung Achtung ey der oben ist der ne? Neoblays Neoblays geht zurück da ist einer der Schild der Wolltfisch bei der wir heute alle langsam ist dein Name ist 60 Uhr verdammt krieg das hin, ich krieg das hin ich hab Tinti getan Nerv mir! Nerv ist nie wieder! das ist verboten, hab jetzt hier zu nerven! was ne Bestmarke Okay, ich bin zu dir aufgesprungen, ich will es nur Spaß Hey fuck, 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 Hilfe. Was? das ist richtig okay du klickst aber kilometer entfernt und trifft mich aber du bist gerade der auch noch spritzen von ihm ich habe ihn ich komme zu dir bitte helfen sie mir ich bin hier in gefahr ganz schön das schaffst du ich habe hier auch nicht der kämpfe er hat der übel gekämpft und gewandet mal durch doch auch mal auf der Führung holen du schau noch haben dass die sind ja die sind der schlimmer als die Kiddies in C.O.D. was weiß ich nicht der Elf ist wie ich bin hier in Gefahr nein Leute sind 64 kommt 3 ihr Filmherr und Euro hat er zweimal geile und sechs als Steco ich bin so ein dummer nimmst ja das hat aber nichts zu sagen wie hat der goldfisch mich getroffen doch der nächste part wird mal wieder eine challenge junge als ob welche denn wollen wir sie zu spät machen kommt darauf an welche ich habe noch keine idee ich habe den goldfisch allein gegen wir ja allein allein gegen news ganze totes aufziehen hey wieso sieht man auf einmal der das ist das ist der update kann irgendwas neues ja heute das heißt auch wenn er war so schlecht ich hatte keine probleme mit dem ding ich immer junge achtung hat ja kaum zu probieren mit der mit dem männer holt wohl dass man nicht sieht ich fand den zieht man immer gut genug damals schon ja für mich auch ich bin eher gestorben wenn ich zu tun zum ausweichen war aber es macht mich daran dass ich sie nicht gesehen habe sauber schilder aber nur ein einziger ob mit der zieht und auch scheiße der der zieht gerade ordentlich bitte nicht wir wollen kein kämen junge kann ich mal schneller ich habe doch getroffen er kann ich mal schneller hallo ich habe ihn aufgehalten aber doch letzte chance wir müssen befreien ich habe ich ich hätte ihn tausendmal an mit seinem hydrant und der stirbt ein hatte ich will es meinen kindern auf und oben überhaupt wir haben nicht mehr lange doch doch waren noch zeit nein ist so hart alter was ist das für ein arsch nein ja dämlich erledigt ich war doch rausgewischt von dem tintent ah ahnung reiten sich an der sparen nein bloß nicht wie kommt denn nur da drauf keine ahnung aber es ist schon irgendwie lustig alle fünf folgen von splatoon von der stirbtem staffel sind jetzt nur rages gewesen 1 zu 5 wenn es gut ich frage mich du wer das opfer war wenn es da muss man sich wunderbar verlieren nein 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 mach das ruhig er macht das nicht wie viele runden nehmen wir jetzt noch auf ungefähr ich nehme noch die letzte auf ok mach 20 danach brauche ich eine therapie danach kann ich erstmal eine woche kein reis mehr essen trotz du weißt schon dass es sehr viele reissorten gibt und ich gehe jetzt eine woche reissäcke um wenn es ein reis das schon gewonnen an der nächsten taten challenge im privaten kampf ben stürzt den reisskanzler machen wir nicht den taten der heisse präsident der asiatische reisskanzler oder wie ja ja genau nö ich lass mich einbeißen ich lass mich einbeißen ich lass mich einbeißen alter leute machen wir im nächsten paar privatkampf oder ja privatkampf können wir auch wegen der challenge würde ich sagen ja ok einem fällt nichts ein fällt euch irgendeine gute challenge ein die man mal machen könnte du allein gegen Andrew du allein gegen Andrew doch du allein gegen Andrew hatte ich schon mal wie wir es mit den Pinseln ja ok das könnte man machen ich weiß nicht wie es geht Ben mit Pinseln hat aber er hat er sowieso kaum mit irgendeiner Waffe Skill also von daher ok er hat es war nur Spaß ok er hat es geht ja du Missgeburt hat er mir vorhanden gekillt als ob ich wurde gerade von an Japaner gekillt der nicht mal auf der Ebene war wo ich war also er war nicht mal oben aber hat mich schon gekillt ok der Sniper ist ein fucking Camper haben wir schon verloren ich hab den da ist noch ein zweiter Sniper glaube ah Mist äh wo seid ihr denn alle statt den Goldfisch in hier zu gehen ich bin nur auf Verzweifeln gerade gesetzt damit manche zum tipp äh weil ich weiß dass sie ein Weg aus halt Alter was ist das für ein Bastard ich will nicht sagen wenn ich gerade abgenervt bin aber ich glaube ich werde die nächsten zwei Monate Splatoon erstmal in Müll lassen ich habe eine Schwungbeule da hinten ich müsste aber jetzt haben die das Zettelaufwerk der Wii U nur noch benutzen um Waffe zu machen haben die nicht gesagt dass sie nach dem Update der Rangkampf fair ist ich sehe da keine Fairness ich sehe da auch keine Fairness ich sehe da auch keine Fairness ich bin nur bei normalen Rangkampf bei Teamkörpern die der Rede also ah man jetzt noch um und da ist noch ein Rangkampf und denken es macht enorm Spaß ja ich freue mich drauf natürlich 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 oh nein Mann Leute macht was ja der wollte ich mich getroffen ich war hinter ihnen ich hätte den Goldfisch nehmen sollen ich habe ihn in der Luft gekillt ich habe ihn in der Luft gekillt ach scheiß bunnyhopper wieso bewege ich mich überhaupt noch mehr als fünf Zentimeter wir haben jetzt drei Matches verloren und damit sage ich weil es gefahren hat wir machen noch eine Ehrenrunde nein okay dann halt nicht dann haut rein bis zum nächsten Part ich gehe mich jetzt unter die Dusche stellen mit einer Flasche Alkohol bis gleich du bis nachher dann lacht du nur bitte fünf Stunden ey das sollte was hat der Täter der gleichste Fan der Karte der hat 4 zu 0 gehabt und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal